Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um einen Talkshow-Auftritt mit Bernd Lucke aus dem Jahr 2014. Auffällig ist, dass der Ablauf der Talkshow genauso ist, wie er heute ist. Kein bisschen anders. Im folgenden der Ausschnitt. Es könnte in Thüringen jemand Ministerpräsident werden, der vor noch nicht gar so langer Zeit auch vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Ist das eher peinlich für ihn oder ist es peinlich für den Verfassungsschutz in Ihren Augen? Also das kommt mir nicht zu zu beurteilen, ob man Herrn Ramelow vom Verfassungsschutz beobachten lassen soll oder nicht. Das ist, glaube ich, durch mehrere Instanzen von Gerichten gegangen und mal hat das eine Gericht Hü entschieden und dann das nächste Gericht Hott. Und am Ende war es dann so, dass man gesagt hat, Herrn Ramelow soll man nicht beobachten. Und das akzeptiere ich, da ich ja den Rechtsstaat akzeptiere und respektiere. Aber ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr um das Problem von der Person Ramelow, genauso wenig wie ich irgendwie ein Problem hätte mit der Person von Herrn Bartsch, von dem ich wirklich glaube, dass das ein Reformer innerhalb der Linken ist, der das auch glaubhaft gemacht hat, dass er brechen möchte mit der alten SED. Sondern es geht um den Ballast, den die Linke mit sich mitschleppt. Und da denke ich, muss man doch auch kritisch fragen, also wo Sie das Thema Verfassungsschutz ansprechen. Im jüngsten Verfassungsschutzbericht, jetzt im Juni 2014 erschienen, wird hervorgehoben, dass es innerhalb der Linken viele, viele offiziell anerkannte Gruppierungen gibt, die offen als linksextremistisch eingestuft werden. Also wenn hier der Vorsitzende der AfD uns vielleicht noch sagt, der Verfassungswidrig, da lasse ich Sie nicht zu Ende reden, weil das ist ein Unverschämter, das ist, das steht Ihnen überhaupt nicht zu, das steht Ihnen überhaupt nicht zu, und da steht drin, dass insgesamt 3.000, insgesamt 3.000. Vergessen Sie es einfach. Vergessen Sie es einfach. Einfach Quatsch. Sie wissen ganz genau, es gibt bei uns eine Handvoll von Leuten, die... Eine Handvoll? Eine Handvoll von Leuten, genau. Lassen Sie mich doch einmal ausregen, ich weiß, dass es Ihnen nicht passt, was ich sage, aber reden lassen können Sie mich ja trotzdem, denn wir sind eine demokratische, offene Gesetze. Müssen Sie nicht mehr sagen, hier können alle ausregen. Bitteschön. Dankeschön. Also in der Tat gibt es in der AfD zurzeit einzelne Fälle, eine kritische Journalistin des Spiegel hat sie mir gerade irgendwie aufgelistet, hat gesagt, es seien insgesamt 22 Fälle von Menschen, die wir aus der Partei ausschließen wollen, weil sie eben irgendwas geliked haben auf Facebook, was wir überhaupt nicht in unserer Partei haben wollen. Sie leugnen gegebenenfalls auch den Holocaust, Herr Heilogger. Moment, nein, nein, nein. Doch, das ist eine Sprecher von Schleswig-Holstein, der leugnet auch einen Parteiausschlussverfahren. Entschuldigung, das ist einer von diesen Fällen, der leugnet nicht den Holocaust, aber was er gesagt hat, ist in der Tat nicht, also das verurteile ich absolut, ja. Aber ich möchte feststellen, das sind Leute, von denen wir uns trennen wollen. Er hat gesagt, die Nazis... Und ich frage jetzt Herrn Bartsch, warum trennen Sie sich nicht von den 3000 Linksextremisten, nicht 22, von denen wir uns trennen wollen, von 3000 Linksextremisten, die der Verfassungsschutz ausdrücklich ausweißen. Herr Lucke, in seinem Bericht wäre die AfD in seinem Bericht erst gar nicht erwähnt. Kann der Verfassungsschutz noch gar nicht, aber gegebenenfalls besteht die Chance, die... Doch, kann er wohl, natürlich. Müssen Sie nicht befürchten, Herr Lucke, nur um da jetzt nochmal Klarheit zu schaffen, dass auch Mitglieder Ihrer Partei vom Verfassungsschutz beobachtet werden? Also, es werden keine Mitglieder unserer Partei vom Verfassungsschutz beobachtet, denn es ist ein Fehler, der Verfassungsschutz scheint das anders zu sehen. Der Verfassungsschutz beobachtet bestimmte Organisationen innerhalb der Partei der Linken und das tut er seit vielen Jahren und er weist darauf hin, dass die Mitgliederzahl einigermaßen konstant ist und ich frage Sie als früheren Bundesgeschäftsführer der Linken, warum haben Sie denn gegen diese Tausenden von Linksextremisten in Ihrer Partei nichts gemacht, als die Bundesgeschäftsführer gewesen sind? Warum trennen Sie sich nicht von diesen Leuten, wenn Sie doch tatsächlich brechen wollen mit dem kommunistischen Erbe Ihrer Partei? Entschuldigen Sie bitte mal, Herr Lucke selber spricht von der Entartung der Demokratie. Oh, jetzt kommt das. Frau Petry macht unter dem Titel des Überlebens der Nation Werbung dafür, dass die Normalität der deutschen Familie darin zu bestehen hat, mindestens drei Kinder zu haben. Das erinnert sehr an alte Verleihungen von Mutterkreuzen. Also es gibt viel, viel mehr Braunes in dieser sogenannten Alternative für Deutschland, die in Wirklichkeit eine Gefahr für Deutschland ist, als Herr Lucke das gerne hat. Wie erklären Sie sich an seinen Erfolg? Wie erklären Sie den Erfolg der AfD? Wir reden gleich über den Unrechtsstaat, das geht mir nicht durch, aber ich würde gerne anschließen wollen. Warum sind Sie so erfolgreich? Ich glaube, dass die AfD eins tut, nämlich sie versucht, einfache Antworten zu geben in einer Welt, die komplexer und schwieriger wird. Nur diese einfachen Antworten gibt es nicht. Herr Lucke, darf ich ganz kurz noch mal eine Frage stellen vorneweg, dann antworten Sie gleich den Gedanken von Frau Fahimi aufgenommen. Selbst wenn Sie es nicht wollen, warum verwenden Sie ein Vokabular, das wenigstens Rückschlüsse darauf zuließe? Ach, Frau Inna, Entschuldigung. Nee, ich sag einfach nur, also... Wirklich, wissen Sie, das bin Ihnen nur vor einem Jahr schon in drei verschiedenen Talkshows gefragt worden, die Sie bestimmt alle gesehen haben. Nee, leider nicht. Lassen Sie es jetzt niemanden. Ich würde mal gerne lieber sachlich zu dem sprechen, was Frau Fahimi gerade gesagt hat. Ich wollte Sie nur fragen und Sie versuchen es mal mit einer Antwort. Ja, ich versuche es wirklich. Warum sprechen Sie von Entartungen, die es in den letzten vier Jahren in der Politik gegeben hat, und zwar hier in diesem Land? Warum sprechen Sie von einem Bodensatz, den es gäbe, der in dieses Land filmt? Frau Inna, das Niveau hätte ich Ihnen wirklich nicht zugetraut. Das ist eine gute Bestätigung, aber Herr Lucke jetzt. Das ist auch nur ein feiges Ausweichen. Eine ganz einfache Frage. Warum benutzen Sie diesen Wortschatz, wenn er Sie erstens offensichtlich anödet und wenn er zweitens nicht Ihrer Gesinnung entspricht? Nein, er ödet... Verstehen Sie, was mich anödet, ist die Tatsache, dass in allen möglichen Talkshows... Ich habe mich um eine super originelle Frage bemüht. Warum benutzen Sie diesen Wortschatz? Diese Frage bin ich wirklich schon vor Jahren in mehreren Talkshows gefragt worden. Ich habe darauf ausführlich geantwortet. Ich würde jetzt gerne auf Frau Fahimi eingehen, die sehr schnell mit der... Nein, ich mache das jetzt nicht. Bitte schauen Sie auf YouTube, finden Sie das alles. Ich möchte jetzt mal gerne auf Frau Fahimi eingehen, denn hier ist es ja... Nein, ich mache es Sie nicht. Ich habe die einmalige Chance, das live noch mal zu erklären. Hier geht es ja um massive Vorwürfe, weil Frau Fahimi gerne diese braune Keule rausholt. Vielleicht erklärt sich das die Hintertür. Und ich meine, das ist natürlich auch verständlich in gewisser Hinsicht, denn hier muss ja irgendwie eine Art Entlastungsangriff für die Linke stattfinden. Und der richtet sich dann natürlich naheliegenderweise auf die AfD. Also dann wird die große braune Keule herausgeholt und dann knüppelt man eben ein auf eine kleine neue Partei, die irgendwo eine unliebsame Konkurrenz ist. Wir haben auch eine ganze Menge Wähler von Ihnen bekommen. Aber nun will ich Sie doch mal fragen. Sie machen das ja gerne in Ihrer Partei. So Sie und Frau Nahles hat es gemacht und Herr Gabriel hat es gemacht. Denn da gab es ja zum Beispiel einen früheren Berliner Finanzsenator und früheren Bundesbankdirektor namens Thilo Sarrazin. Der ist gegen den Euro und der sieht große Probleme bei der Integration von muslimischen Zuwanderern in unserem Land. Und der richtet sich gegen die politische Korrektheit, die sich so wie so ein Mehltau überall auf dem Lande ausbreitet. Und den wollten Sie aus Ihrer Partei herausschmeißen, weil Sie da auch gesagt haben, große braune Keule. Nicht, dass ich mit allem einverstanden bin, was Herr Sarrazin sagt. Also die Sachen über genetische Vorbedingungen von irgendwelchen Volksgruppen teile ich überhaupt nicht, teilt die ganze AfD nicht. Aber vieles von dem, was Herr Sarrazin sagt, ist ja durchaus ähnlich dem, was die AfD sagt. Die Eurokritik oder die Kritik an der Bagatellisierung von Problemen im Bereich der Zuwanderung. Das sind Themen, die wir auch aufgreifen. Und Sie haben da die große braune Keule gegen Herrn Sarrazin hervorgeholt und haben gesagt, den schmeißen wir aus der Partei raus. Und was haben Sie zweimal versucht? Und zweimal hat Ihr eigenes Schiedsgericht dann entschieden, nein, das, was Herr Sarrazin vertritt, ist eine legitime Meinungsäußerung innerhalb der SPD und mit sozialdemokratischen Grundwerten vereinbar. Nein, das haben wir nicht. Doch, sehr wohl, haben Sie das gesagt. Zweimal sind Sie gescheitert mit Ihrem Parteiausschlussverfahren gegen Herrn Sarrazin. Herr Sarrazin ist nachwirkend mit der SPD. Und Herr Sarrazin hat zu mir gesagt, er möchte auch Mitglied in der SPD bleiben, weil er nämlich für seine Meinung in der SPD werben will. Und das würde ein kluger Kopf wie Herr Sarrazin wohl kaum tun, wenn er nicht viel Zuspruch für seine Thesen auch in der SPD hätte. Gut, ich darf darauf antworten. Sie müssen darauf antworten, weil es für Herrn Sarrazin kann man tatsächlich nicht nur geteilter Meinung sein. Nein, da ist man ganz eindeutiger Meinung. Das ist gar keine Frage. Herr Thilo Sarrazin ist aus einem Grunde noch Mitglied der SPD, weil er dadurch seine Bücher am besten verkaufen kann. Sie wollten ihn noch rausschmeißen. Zwei Parteiausschlussverfahren haben Sie gehabt. Darf ich jetzt reden? Ich erinnere Sie nur dran. Ich versuche es noch ein einziges Mal mit meiner Frage. Wenn Sie einen bestimmten Eindruck definitiv nicht erwecken wollen, warum benutzen Sie dann eine Sprache, die das suggeriert? Ich antworte jetzt gleich doch auf Ihre Frage, weil Sie sich offenbar vorher nicht informiert haben darüber. Aber nur noch zu Frau... Das zweite Parteiausschlussverfahren, Herr Sarrazin, hat mit einer gültigen Einigung geendet. Das heißt, die SPD hat zugestimmt. Wir sagen jetzt wirklich nicht über Sadat. Sie haben bestimmt eine Frage, wie Sie einmal gesagt haben, es gibt einen bestimmten Mechanismus, der... Nein, neben Schauplätzen, ja. Es gibt einen bestimmten Mechanismus, der... Er müde dabei, er müde jetzt etwas. Heute ist gerade die Frage von Frau Ilner beantwortet, Herr Söder. Oh, oh, ja, aber jetzt machen Sie es halt endlich, ja. Dann lassen Sie mich doch reden. Ja, Sie reden die ganze Zeit, Herr Söder. Sobald Sie mich dazwischenreden, mache ich das gern. Es gibt einen Mechanismus der Skandalisierung, den deutsche Medien sehr, sehr gerne praktizieren. Ach, die Medien sind jetzt schon... Die Medien, genau, richtig nicht. Dann müssen Sie endlich... Nein, 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 jetzt will ich Ihre Frage beantworten, ja. Als Wolfgang Schäuble von Entartung gesprochen hat, hat es keinen Menschen aufgeregt. Regeregt. Als Helmut Schmidt von Entartung gesprochen hat, hat es keinen Menschen aufgeregt. Als der Generalsekretär der Piratenpartei von Entartung gesprochen hat, hat es auch keinen Menschen aufgeregt. Aber als der arme kleine Lucke da hier kam, und man dachte, dem kam er mal zu überzeugen. Da wurde dann ein großer Skandal drauf gemacht, den auch Frau Ilner nach einem Jahr noch auskriegt. Ich bin offensichtlich erliege und nicht seit Jahren erliege, sondern diese Chance einfach nicht ungenutzt lassen wollte, Sie danach zu fragen. Und ich habe verstanden, die Medien sind schuld und irgendwie andere machen es auch. Ich frage Sie einfach, warum haben Sie den bei Herrn Schäuble nicht gefragt? Den hatten wir nun wirklich Jahre nicht in unserer Sendung. Aber ich kann ihn mal fragen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Schauen wir uns mal an, womit die AfD in Ostdeutschland erfolgreich war, als es darum ging. Wir haben das Plädoyer von Herrn Lucke natürlich dafür gehört, wie man mit dem Unrechtsstaat umgehen muss. Meine Frage an Sie nur, dass Sie sich schon mal vorbereiten können und mein Niveau prüfen können, ist, ob man die DDR eigentlich immer umarmen muss, wenn man gewinnen will. Die AfD jubelt im Osten Deutschlands. Die AfD hat mit Argumenten der Linken geworben. Sie hat die DDR für gar nicht so schlimm erklärt. Sie hat gegen den Euro polemisiert. Und sie hat Erfolg, gleich bei drei Landtagswahlen. Die Alternative für Deutschland ist eine gefährliche Entwicklung. Das ist eine rechtspopulistische Partei. Eine Partei, die will zurück zur D-Mark, zur DDR. Zurück zur DDR? Es war ein Wahlkampfauftritt in Brandenburg, mit dem AfD-Chef Bernd Lucke Union und SPD noch einmal gründlich gegen sich aufgebracht hat. Da versteht man doch, wenn Leute sagen, sicher, wir wollen mit der alten DDR nichts zu tun haben. Aber die innere Sicherheit, die war damals besser in der DDR. Herr Lucke, wer im Osten Erfolg haben will, muss der die DDR loben. Sie haben wahrscheinlich zugehört. Ich habe gesagt, man versteht, wenn die Leute sagen, die innere Sicherheit war in der DDR besser. Ich kann Sie ganz genau zitieren. So war es aber, nicht wahr? Wir haben Sie grundleg zitiert. Verstehen Sie, ich habe die Empfindungen aus dem Volk aufgegriffen und habe gesagt, das ist das, was die Leute hier denken, angesichts der stark gestiegenen Kriminalität des Walden Frankfurt an der Oda entlang der Grenze. Gut, ich stelle die Frage nochmal anders. Lassen Sie mich die Antwort bitte zu Ende geben. Warum sind Sie das auch direkt? In derselben Rede, und das haben Sie nicht jetzt gezeigt, habe ich gesagt, kurz davor, die DDR war ein Unrechtsstaat, ein Polizeistaat, ein Gesinnungsstaat, ein Schnüffelstaat. Ein Staat, der seine westliche Grenze abgesichert hat wie einen Großknast für 17 Millionen Leute. Ich habe wirklich an der Missbilligung der DDR, an der Verurteilung der DDR nicht den geringsten Zweifel gelassen. Aber ich habe gesagt, die Leute fühlen sich heute in Deutschland nicht so sicher, wie sie sich zu Zeiten der DDR gefühlt haben. Und das ist, da haben Sie mir das Wort abgeschnitten, eine Herausforderung an den demokratischen Rechtsstaat. Der demokratische Rechtsstaat muss imstande sein, seinen Bürgern ebenfalls das Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Und dafür haben wir uns eingesetzt. Das finde ich, das ist die Aufgabe einer politischen Partei. Und wenn jemand sagt, früher konnte man in der DDR nachts wenigstens auf die Straßen gehen, da hat es auch nicht so viele Asylbewerber gegeben und den Euro gab es auch nicht, dann sind das Äußerungen, die Sie richtig finden? Oder sagen Sie da jetzt wieder, das sagt und denkt der Ostdeutsche? Also Sie haben das jetzt für offenbar, Sie haben da wahrscheinlich einen Ostdeutschen zitiert. Ja, ich finde, man muss aufnehmen, was die Menschen sagen. Da muss man prüfen, hat das seine Berechtigung oder hat das seine Berechtigung nicht. Es ist richtig, dass es den Euro damals nicht gab. Und es ist sicherlich auch richtig, dass die Einführung des Euro eine Fehlentscheidung gewesen ist. Das haben wir oft genug gesagt. Da schütteln jetzt ja alle den Kopf, das weiß ich nicht, wa? Aber natürlich greifen wir Unzufriedenheit in der Bevölkerung auf. Und natürlich sucht eine neue Partei nach den Themen, die die Altparteien vernachlässigen. Das ist ja ganz klar. Dadurch haben wir politischen Erfolg. Und den haben Sie jetzt gerade sehr schön hier projiziert. Was ist hier passiert? Der Ritter der Meinungsfreiheit hat mir den Beitrag zugesendet und meinte, während Lucke hätte eigentlich perfekt reagiert. Auf den ersten Blick scheint das auch so. Aber gucken wir uns den Beitrag genauer an. Es sind die gleichen Muster zu erkennen, wie wir sie heute kennen. Und wenn man genau aufpasst, erkennt man den Zerstörungswillen, den Entmenschlichungswillen aller Talkshow-Gäste gegen die AfD. Es war keine demokratische Show. Sondern hier wurde eine Partei auf unfaire Weise entmenschlicht. Durch eine unfaire Themenlenkung, durch unausgewogene, unangebrachte Vorwürfe. Und das haben alle Talkshow-Gäste mit vollem Bewusstsein getan. Bernd Lucke hat zunächst verteidigt gegen Dietmar Bartsch. Er hat darauf hingewiesen, dass bei den Linken ja 3000 Leute beobachtet werden. Im jüngsten Verfassungsschutzbericht, jetzt im Juni 2014 erschienen, wird hervorgehoben, dass es innerhalb der Linken viele, viele offiziell anerkannte Gruppierungen gibt, die offen als linksextremistisch eingestuft werden. Also wenn hier der Vorsitzende der AfD uns vielleicht noch sagt, wer verfassungswidrig ist, da lasse ich Sie nicht zu Ende reden, weil das ist ein Unverständnis, das steht Ihnen überhaupt nicht zu. Das steht Ihnen überhaupt nicht zu. Und da steht drin, dass insgesamt 3000, insgesamt 3000, insgesamt 3000, was ist, vergessen Sie es einfach. In der Linken gab und gibt es zahlreiche linksextremistische Bestrebungen. Bernd Lucke könnte hier darauf aufmerksam machen, wie Dietmar Bartsch überhaupt dazu kommt, sich in dieser Art und Weise hinzustellen und ihn zu maßregeln. Er muss aus dieser Defensivposition rauskommen, darf das nicht zulassen, dass die anderen, insbesondere Dietmar Bartsch von der Linkspartei, in so einem Tonfall sich über die AfD erheben. Herr Lucke selber spricht von der Entartung der Demokratie. Frau Petri macht unter dem Titel des Überlebens der Nationen Werbung dafür, dass die Normalität der deutschen Familie darin zu bestehen hat, mindestens drei Kinder zu haben. Das erinnert sehr an alte Verleihungen von Mutterkreuzen. Also es gibt viel, viel mehr Braunes in dieser sogenannten Alternative für Deutschland, die in Wirklichkeit eine Gefahr für Deutschland ist, als Herr Lucke das gerne hat. Die SPD-Frau macht dann genau da weiter. Sie hetzt auf unausgewogene Art und Weise. Und Bernd Lucke kommt auch gar nicht mehr zu Wort. Das heißt, Ilna sorgt dafür, dass der Frame von dieser Frau beim Zuschauer kleben bleibt und Bernd Lucke gar nicht darauf reagieren kann. Perfekt wäre es gewesen, wenn er genau diese Mechanismen ans Tageslicht bringt. Das heißt, die SPD-Frau wirft mit Dreck um sich, Ilna wirft mit Dreck um sich und er hat gar nicht die Gelegenheit, ihm wird das Wort abgeschnitten und er kann sich gegen diese unglaublichen Vorwürfe, kann er sich überhaupt nicht zu wehr setzen. Ich würde mal gerne lieber sachlich zu dem sprechen, was Frau Fahini gerade gesagt hat. Ich wollte Sie nur fragen und Sie versuchen es mal mit einer Antwort. Warum sprechen Sie von Entartungen, die es in den letzten vier Jahren in der Politik gegeben hat, und zwar hier in diesem Land, Warum sprechen Sie von einem Bodensatz, den es gäbe, der in dieses Land filmt? Frau Ilna, das Niveau hätte ich Ihnen wirklich nicht zugetragen. Das ist eine gute Bestätigung, aber Herr Lurin jetzt. Das ist auch nur ein feiges Ausweichen. An dieser Stelle wird perfekt deutlich, dass schon damals sich diese ganzen Leute perfider kommunistischer Propagandatechniken bewusst waren. Sie spielen hier mit der Themenlenkung. Sie rücken belanglose Dinge in den Mittelpunkt. Blasen es ganz groß auf, wie mit Entartung und so weiter. Diese ganzen Zitate, die diese SPD-Frau mühsam irgendwie zusammengefischt hat, um irgendwas gegen die AfD bringen zu können. Sie rücken es in den Mittelpunkt. Es wird ewig drüber geredet. Sie machen es ganz groß, reden auch über nichts anderes. Und Sie wissen ganz genau, die Psychologie wird dann so, dass je länger darüber geredet wird, es sich umso mehr in den Köpfen der Zuschauer festsetzt. Dass durch das Aufblasen dieses Beispiels eine Verbindung geknüpft wird. AfD, Rechtsextremismus, Problem. Diese Karte haben diese Leute damals ganz bewusst gespielt. Und sie haben auch genau, in diesem Lachen sieht man auch, Zweigseher, er weicht aus. Er muss jetzt darauf eingehen. Wie hätte Bernd Lucke darauf reagieren können? Er hätte diese Propagandastrategie offensichtlich machen sollen. Damals natürlich leicht gesagt heute. Wenn er es offensichtlich gemacht hätte, hätte er sich gegen diese ganzen Leute gerichtet. Nur dann. Benutzen Sie diesen Wortschatz, wenn er Sie erstens offensichtlich anödet und wenn er zweitens nicht Ihrer Gesinnung entspricht? Nein. Verstehen Sie, was mich anödet, ist die Tatsache, dass in allen möglichen Talkshows Wortwahlen... Ich habe mich um eine super originelle Frage bemüht. Aber überhaupt nicht. Warum benutzen Sie diesen Wortschatz? Diese Frage bin ich wirklich schon vor Jahren in mehreren Talkshows gefragt worden. Ich habe darauf ausführlich geantwortet. Ich würde jetzt gerne auf Frau Fahimi eingehen, die sehr schnell mit der... Nein, ich mache das jetzt nicht. Bitte schauen Sie auf YouTube, finden Sie das alles. Er verwende dann später das Wort, das hätte er von Illner nicht erwartet, das würde ihn anölen. Das ist auch der falsche Ausdruck. Es öle ihn nicht an, sondern es ist faschistoid, es ist undemokratisch, es ist einer Talkshow um öffentlich-rechtlich und nicht würdig. Und genau so hätte er es damals auch formulieren müssen. Natürlich sagt sich das heute leicht mit dem Wissen von heute. Weil heute sehen wir ja die Hetze. Damals das Problem von Bernd Lucke und von allen ist ja, er selber denkt nicht so wie diese Leute. Er versteht gar nicht, was das soll. Warum hetzen die so? Er würde das bei anderen ja auch nicht machen. Das heißt, deswegen kommt er gar nicht auf die Idee, dass andere das bei ihm machen. Man hat das nicht erkannt. Man hat das schon lange Zeit vor Lucke nicht erkannt. Die Hetze haben die Grünen schon in den 90ern begonnen. Das war alles nicht mehr demokratisch, das war alles persönlich, wie die FDP und die CDU dargestellt wurden. Das war keine demokratische Auseinandersetzung mehr. Schon lange vor der AfD. Die Grünen und die SPD haben lange probiert, den Meinungskorridor einzuschränken. Stück für Stück. Haben also die absurdesten Sachen schon als rechtsradikal hingestellt. Es ging ja damals bei der Integration darum, dass Ausländer die deutsche Sprache sprechen. Bernd Lucke muss hier das Verhalten von Ilner verurteilen. Er muss auf volle Konfrontation gehen. Er darf sich kein Stück darum scheren, ob er nachher persönlich mit diesen Leuten noch auskommt. Sondern diese Leute machen hier Schlimmes und dann bekommen sie die Quittung. Natürlich spürt man das. Er haut ihnen öffentlich eine rein, wenn er jetzt Ilner scharf aburteilt. Sehr wahrscheinlich ist es so, dass Ilner und die anderen Leute nett sind zu den Vertretern. So, man probiert so menschlich gut im Kontakt zu sein und dann spekulieren sie darauf, dass Bernd Lucke dann auch nett ist in der Sendung und sie nicht attackiert für das, was sie machen. Sie wissen aber, sie wissen, dass sie mit ihm spielen und sie sind dann gnadenlos zu ihm und zu der AfD. Sagen sie, setzen sie darauf, dass er, sie sehen seine Menschlichkeit als Schwäche. Oft von den ganzen Leuten. Sie tun nett und dann spekulieren sie auf die Menschlichkeit, dass die AfD-Leute nicht so hart sind, wie sie sein müssten. Das ist auch das Hauptproblem von uns. Wir müssen gnadenlos sein und hier muss er gnadenlos zu diesen Leuten sein. Hier muss er rein Tisch machen und muss die Leute für das, was sie machen, verbal abfertigen. Ich möchte jetzt mal gerne auf Frau Pahimi eingehen, denn hier geht es ja um massive Vorwürfe, weil Frau Pahimi gerne diese braune Keule rausholt. Vielleicht erklären Sie es dann durch die Hintertür. Und das ist natürlich auch verständlich in gewisser Hinsicht, denn hier muss ja irgendwie eine Art Entlastungsangriff für die Linke stattfinden. Und der richtet sich dann natürlich naheliegenderweise auf die AfD. Also dann wird die große braune Keule herausgeholt und dann knüppelt man eben ein auf eine kleine neue Partei, die irgendwo eine unliebsame Konkurrenz ist. Wir haben auch eine ganze Menge Wähler von Ihnen bekommen. Er sagt dann, es ist verständlich, dass die SPD das macht oder dass die Linken das machen, dass sie die AfD so beschimpfen. Aber es ist eben nicht verständlich. Es ist undemokratisch, es ist faschistisch, faschistoid, sowas zu machen. Das ist nicht demokratisch. Das ist auch nicht zu entschuldigen. Das ist keine demokratische Auseinandersetzung. Man kann ja sagen, inhaltlich, das ist das, das ist ganz schlecht. Aber es ist nicht legitim, jemanden zu entmenschlichen. Und das tut man, wenn man ihn als Extremisten hinstellt. Das ist ein ganz schwerwiegender Vorwurf. Vor allem undifferenziert. Die ganze Partei in das Licht rückt. Man kann ja sagen, es sind jetzt hier ein paar Leute, aber dann die ganze Partei da mit reinziehen oder auch sie Populisten zu nennen, das ist einfach nicht in Ordnung. Wir haben Herrn Sarrazin hervorgeholt und haben gesagt, den schmeißen wir aus der Partei raus. Und was haben Sie zweimal versucht? Und zweimal hat Ihr eigenes Schiedsgericht dann entschieden, nein, das, was Herr Sarrazin vertritt, ist eine legitime Meinungsäußerung innerhalb der SPD und mit sozialdemokratischen Grundwerten vereinbar. Und zweimal, doch sehr wohl haben Sie das gesagt, zweimal sind Sie gescheitert mit Ihrem Parteiausschlussverfahren gegen Herrn Sarrazin. Herr Sarrazin ist Nachwuchsmitglied der SPD und Herr Sarrazin hat zu mir gesagt, er möchte auch Mitglied in der SPD bleiben. Da kann er es auch so darstellen, dass was die SPD mit Sarrazin macht, das ist auch nicht demokratisch, wie sie probiert, ihn aus der Partei zu drängen für legitime Positionen. Als der Generalsekretär der Piratenpartei von Entartung gesprochen hat, hat es auch keinen Menschen aufgeregt. Aber als der arme kleine Lucke da hier kam und man dachte, dem kann man mal zuhören. Da wurde dann ein großer Standard draufgebracht, den auch Frau Gräner nach einem Jahr noch auskriegt. Ich habe offensichtlich erliege und nicht seit Jahren erliege, sondern diese Chance einfach nicht ungenutzt lassen wollte, Sie danach zu fragen. Und ich habe verstanden, die Medien sind schuld und irgendwie andere machen es auch. Ich frage Sie einfach, warum haben Sie denn bei Herrn Schäuble nicht gefragt? Weil wir ihn, also den hatten wir nun wirklich Jahre nicht in unserer Sendung. Aber ich kann ihn mal fragen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Bei Minute 10 gibt es so Gelächter. Aber es gibt gar nichts zu lachen in der Runde. Es ist sehr ernst. Und er darf dann nicht den Eindruck vermitteln, dass es irgendwie eine Plauschrunde ist. Aber wahrscheinlich, wie gesagt, das sagt sich jetzt aus der 2021er Sicht leicht, aber er war sich wahrscheinlich nicht bewusst, wie ernst das ist, wie gnadenlos, wie kaltherzig die Mitdiskutanten sind, wie sie ihn in den Dreck ziehen wollen. Und das ist dann kein Plausch. Es war, diese ganzen Sendungen waren nie ein Plausch, sondern es war Kampf und Hetze. Und wenn er dann irgendwie, wenn die anderen so tun und lachen und dann so dem Ganzen so einen unernsthaften Drift geben, darf er darauf nicht eingehen. Sondern er muss hier darstellen, was das hier ist. Das ist eine Hetzveranstaltung gegen die AfD und sonst gar nichts. Argumenten der Linken geworben. Sie hat die DDR für gar nicht so schlimm erklärt. Sie hat gegen den Euro polemisiert. Und sie hat Erfolg, gleich bei drei Landtagswahlen. Die Alternative für Deutschland ist eine gefährliche Entwicklung. Das ist eine rechtspopulistische Partei. Eine Partei, die will zurück zur D-Mark, zur DDR. Zurück zur DDR? Es war ein Wahlkampfauftritt in Brandenburg, mit dem AfD-Chef Bernd Lucke Union und SPD noch einmal gründlich gegen sich aufgebracht hat. Da versteht man doch, wenn Leute sagen, sicher, wir wollen mit der alten DDR nichts zu tun haben. Aber die innere Sicherheit, die war damals besser in der DDR. Herr Lucke, wer im Osten Erfolg haben will, muss der die DDR loben. Sie haben wahrscheinlich zugehört. Ich habe gesagt, man versteht, wenn die Leute sagen, die innere Sicherheit war in der DDR besser. Ich kann Sie ganz genau zitieren. Ja, genau. So war es aber, nicht wahr? Wir haben Sie grundleg zitiert. Bei F20 wird dann sein Zitat verfälscht mit der Sicherheit in der DDR. Das kann er auch, muss er viel härter abfertigen, wenn er die Reputation von sich und der AfD schützen will. Und eben klar machen, das ist überhaupt nicht legitim, das so zu interpretieren, wie Illner das gemacht hat. Sondern es ist auch Hetze, dieses Zitat so zu verbiegen. Ganz klar, nüchtern klar machen, nicht schimpfen Lügenpresse, sondern einfach klar machen, was Illner hier gemacht hat, ist nicht demokratisch. Sie verfälscht ihr bewusst das Zitat. Die Leute denken sich das dann schon. Und das spürt man dann auch. Das ist hart. Das ist richtig hart. Das spürt Illner, das spüren alle. Er sagt nicht Lügenpresse oder irgend sowas. Sondern er sagt einfach, was sie macht. Und die Leute denken sich dann schon ihren Teil. Weil es ist natürlich klar, wenn er das beschreibt, was diese Leute machen in der Runde, dann ist das Urteil ja vollkommen klar, was dann die Leute fehlen. Es ist so, dass in den letzten 20, 30 Jahren die Konservativen geschlafen haben. Oder was heißt, wir schlafen haben, es ist ja auch hinterlistig. Und man rechnet damit nicht, dass Leute sowas machen. Man kann sagen, wir waren nicht aufmerksam genug. Und wenn man schon 2014 und noch viel früher das ausgetreten hätte, dieses Feuer, dann hätten die Leute gleich von Anfang an gemerkt, dass es so nicht geht. Dass sie das nicht machen können. Aber indem die Leute so arglos waren, die Konservativen, wie Bernd Lucke sie gar nicht das verstanden haben, was hier für ein Spiel gespielt wird, wie hier systematisch eine ganze Bevölkerungsgruppe entmenschlicht wird, stigmatisiert wird, aus den Berufen gedrängt wird, sie sich der Lage nicht bewusst waren, ist das Ganze so gefährlich geworden. Schon viel früher, wenn man schon in den 2010er Jahren, die CDU-Leute damals, wenn sie diese Linken nicht so hätten hervorkommen lassen, wenn sie die abgefertigt hätten, dann hätte es gar keine AfD gebraucht. Dann wäre das alles gar nicht so weit gekommen. Jetzt haben wir immer noch die Chance, den richtigen Dreh zu bekommen. Es ist jetzt knapp und es wird immer schwieriger. Weil jetzt sind die Leute schon an ganz andere Dinge gewohnt. So eine Ausgrenzung wie heute, das wäre früher nicht denkbar gewesen. Das heißt, es wird immer schwerer, aber es ist heute noch möglich. Wobei es umso früher, umso einfacher wäre es gewesen. Aber die Wende ist jetzt immer noch möglich. Wenn man entschieden auftritt und die Leute für das, was sie macht, auch richtig verurteilt. Ganz im Gegensatz dazu, wie es Kupalla, Meuthen und viele andere machen. Das ist in Wahrheit der große Verrat an den AfD-Mitgliedern. Dass sie die Fragen brav beantworten, dieser Hetze und dieser Hetze damit Legitimität einräumen. Mehr oder weniger. Und dann vielleicht sie hoffen, dass es ihrer Karriere hilft, wenn sie sich mit diesen Leuten gutstellen, dass sie wieder eingeladen werden. Oder dass sie vielleicht in einer anderen Partei dann irgendwie noch eine Chance haben. Das ist genau der Fehler. Man darf sich mit diesen Leuten nicht gutstellen. Man muss im Sinne der Partei, der Mitglieder, sich diesen Leuten entgegenstellen. Ohne dass man dann Angst davor hat, dass man sich dann dort keine Freunde macht. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut. Ich muss um Entschuldigung bitten, dass ich die Kommentare nicht so ausführlich beantworten konnte, wie bisher. Weil einfach meine Zeit sehr knapp ist. Dieses Video kam jetzt auch nur mit Mühe und Not zustande. Macht's gut. Macht's gut.